Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute werfe ich einen Blick auf Crystal Collapse. Ja, hallo, ich bin wieder da. Mehr dazu später. Jetzt reden wir erstmal über Crystal Collapse. Das ist ein Spiel, das in Kürze rauskommt. Momentan ist es in Vorbestellung. Das heißt, man kann es schon vorbestellen. Es wird aber erst in Q2 ausgeliefert, voraussichtlich. Dieses Spiel wurde mir zur Verfügung gestellt von Woodpecker Games. Genauer gesagt dem lieben Max, der das Spiel designt hat. Und wir schauen uns das mal gemeinsam an heute. Ich habe einen Prototypen gekriegt, sage ich gleich zu Beginn. Das heißt, das Spiel ist nicht final. Viele Komponenten sind nicht final. Es soll euch aber bloß einen Eindruck davon vermitteln, was da so auf euch zukommt. Und ich werde so ein bisschen über das Gameplay reden, über die Miniaturen, über allgemein die Idee hinter diesem Spiel. Und auch ein bisschen erklären natürlich, was das eigentlich hier ist. Und damit fangen wir, glaube ich, am besten auch an. Dieses Spiel ist hart inspiriert von klassischen, wie nennt sich das Genre? Computerspiel sind es? Strategie-RPGs. Also, denkt vielleicht an Spiele wie Final Fantasy Tactics. Ist wahrscheinlich das Populärste. Es gibt aber auch Sachen wie Fire Emblem, Tactics Ogre. Da gibt es relativ viele Spiele aus diesem Bereich. Ich habe nur sehr wenige davon tatsächlich gespielt. Ich habe mal Fire Emblem gespielt. Ich habe mal ein bisschen Tactics Ogre gespielt. Auf entweder der Playstation Vita oder der Playstation Portable. Keine Ahnung. Aber ich war da nie so richtig drin. Ich bin kein Japanophiler Mensch. Ich habe relativ wenig Berührungspunkte mit Anime, mit Manga und mit JRPGs. Ich habe, ihr seht es vielleicht hier hinten, da ein paar Gundams, die ich aber vor allem einfach auch baue, weil mir das Bauen selber extrem viel Spaß macht. Ich kann aber durchaus verstehen, wo der Reiz liegt bei dieser ganzen Sache und was natürlich euch wahrscheinlich interessiert, die eben Fans von diesem Genre sind und vielleicht schon ganz lange darauf gewartet haben, dass es endlich mal ein tabletopiges, skirmisches Brettspielspiel gibt, dass es so ein bisschen einfängt, ist, kann Crystal Collapse das? Und darum, darüber beschäftigen wir uns jetzt heute in den nächsten paar Minuten, Stunden. Man weiß es nie bei mir. Das Spiel, so wie ihr es hier gerade jetzt vor euch, vor mir seht, vor euch seht, ist das, wie es ausgeliefert wird. Ungefähr. Es gibt da verschiedene Versionen. Es gibt eine Version, glaube ich, mit 3D-Komponenten. Es gibt einen, also mit diesem 3D-Gelände, eine ohne und so. Da könnt ihr euch gerne auf der Webseite auch nochmal direkt informieren, schlau machen. Die verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung zusammen mit allen relevanten Informationen, so wie immer. Und da gibt es dann auch verschiedene Packs mit den einzelnen Fraktionen. Also man muss nicht das komplette Starter-Set kaufen. Was hier gerade auch noch fehlt, ist noch ein gedrucktes Regelbuch. Das war zur Zeit der Auslieferung noch nicht fertig. Ich habe einfach das PDF-Regelbuch gekriegt. Und was auch sehr wichtig ist, ich habe das Spiel schon spielen können. Nicht in physischer Form, sondern im Tabletop-Simulator zusammen mit dem Designer, dem Max, der mir da auch einiges erklärt hat. Vielen Dank dafür, Max. Hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Und war auch natürlich sehr erhellend für das Ganze. Und zuerst mal jetzt zu den Komponenten eben, die dabei sind. Woodpecker Games kennt ihr vielleicht schon von dem einen oder anderen Spiel oder auch anderen Sachen. Die haben meines Wissens nach angefangen mit MDF-Gelände, Terrain. Von dem her ist es auch wenig überraschend, dass hier einige MDF-Komponenten mit dabei sind. Wie eben diese 3D-Blöcke, Elemente, die man hier aufs Spielfeld setzt. Das Spielfeld selber ist auch in Quadranten unterteilt. Also man hat kein klassisches Tabletop, wo man mit Maßbändern misst, sondern es ist wirklich, man bewegt sich über Felder. Wie man das eben auch in diesen klassischen Taktik-RPGs gemacht hat oder immer noch macht. Es sind einige Kartenkomponenten dabei. Es sind wunderschöne Artworks dabei auf den Charakterkarten. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen hier. Die sind wirklich ganz, ganz toll gestaltet. Auch ganz klein finde ich eine super witzige, kleine, süße Sache. Unten auf den Charakterkarten seht ihr immer noch den Charakter. Also hier seht ihr natürlich das große Artwork zum Charakter. Und unten habt ihr dann immer noch so eine kleine Pixel-Art-Version von dieser Figur. Das hat keinerlei Bewandtnis im Spiel. Ist einfach bloß eine witzige, süße, kleine Idee, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Flair zu geben. Und die Charakterdesigns allgemein sind, ich würde mal sagen, von dem, was ich bisher erlebt habe, aus diesem speziellen Genre, sehr klassisch. Also die Charaktere sind natürlich so ein bisschen larger than life, sehr übertrieben, sehr Anime, sehr Manga. Einige davon tragen auch recht übertriebene Bewaffnung, würde ich jetzt mal behaupten. Er hier zum Beispiel mit seinem Berserker-Style-Schwert. Ich habe auch auf Instagram diverse Bilder, Nahaufnahmen von den Miniaturen gepostet. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Ich poste aber hier auch, ich blende hier immer mal wieder auch ein paar Bilder ein, damit ihr auch ein paar bemalte Figuren seht. Ich habe sie momentan hier nur als diese Prototyp-Versionen. Aber auf der Webseite findet ihr auch nochmal die ganzen bemalt, auch sehr, sehr schön bemalt. Ich finde den Style sehr schön, der hier gewählt wurde und wie gesagt, er passt extrem gut. Und die Miniaturen spiegeln sehr schön, finde ich, die Artworks wieder. Das ist auch nicht immer gegeben. In diesem Fall jetzt ist es tatsächlich so, dass sie alles sehr, sehr gut zusammenpasst. Die Figuren selber sind 3D-gedruckt. Also ich habe die so bekommen, 3D-gedruckt auf diesen MDF-Bases. Ich habe auch direkt nochmal nachgefragt bei Max. In der fertigen Version, die dann ausgeliefert wird, werden die Miniaturen ebenfalls 3D-gedruckt sein. Das ist, denke ich mal, der geringen Auflage einfach geschuldet. Ist aber einfach, also ihr kennt mittlerweile die Qualität von durchschnittlichem, vor allem industriellem 3D-Druck. Die sind natürlich sehr detailliert. Das Material ist typisch 3D-Druck. Muss man ein bisschen aufpassen. Das ist wahrscheinlich, es ist relativ spröde. Das heißt, es ist wenig flexibel. Bei der Aufbewahrung, beim Transport ein bisschen aufpassen. Bei der Bemalung ein bisschen aufpassen. Ansonsten sehe ich da ehrlich gesagt kein Problem. Genauso auch die Pappelemente jetzt. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, inwieweit die Qualität dieser Karten final ist. Das muss der Max dann nochmal sagen. Die sind jetzt relativ dünn bedruckt. Genauso hat auch diese Szenario-Karten, die er mir hier mitgegeben hat. Da sind einfach nochmal das ein Szenario von mehreren, die es geben wird im Spiel. Das ist sehr wichtig auch beim Spiel, dass es da sehr unterschiedliche Szenarios gibt. Die sind auch auf diese dünne Pappe gedruckt. Genauso hat er mir so zwei Kartendecks mitgegeben. Die sind wichtig im Spiel. Rede ich gleich nochmal drüber, wenn es um die tatsächlichen Spielmechaniken geht. Sind zwei Stück dabei. Normalerweise sind auch noch W20-Würfel dabei, weil das Ganze ist W20-basiert. Erinnert auch hier und da so ein bisschen an Infinity von den Würfelmechaniken, aber nur ganz leicht. Und da hatte Max jetzt vergessen, mir Würfel dazu zu packen. Zum Glück habe ich W20-Würfel, wie wahrscheinlich die allermeisten von euch zu Hause. Aber im fertigen Spiel werden da natürlich auch Würfel beiliegen, sodass alles dabei ist, was ihr braucht. Und dann auch noch entsprechend Tokens. Auch hier wieder finde ich schön gelöst. Wenn man schon nicht bunte Pappe hat, dann MDF. Das können die natürlich gut bei Woodpecker Games. Sind diverse Tokens dabei, die man eben im Spiel braucht. Teilweise als Missionsziele, teilweise als Statusmarker und sowas. Ich punch die jetzt hier nicht alle raus, weil wenn ich nämlich hier fertig bin mit dem Video, wird der Prototyp weitergeschickt an den nächsten Reviewer. Und dementsprechend möchte ich hier so wenig zerstören wie möglich. Und gespielt habe ich es ja schon. Der einzige Punkt, wo ich mir nicht so ganz, glaube ich, grün bin mit dem Max, ist die Entscheidung, hier ein Poster beizulegen. Ich kann auch hier die Entscheidung verstehen, dass man als Spielfeld ein Poster wählt, weil natürlich es sind immer so ein bisschen Produktionskosten, geringe Auflage, diese ganzen Sachen. Für mich sind aber einfach Poster als Spielflächen, das ist so ein bisschen was, was beim Held der Steine die bedruckten Steine sind und stattdessen Sticker beizulegen, ist bei mir ein Poster statt ein dickes Spielfeld, wie das in den meisten Fällen zum Beispiel Games Workshop macht. Ich verstehe, wie gesagt, es ist jetzt nur eine Mini-Mini-Kritik von meiner Seite, aber ich weiß einfach, man sieht es auch hier teilweise schon mit den Falten, die hier drin sind, die kriegt man nie ganz flach. Durch das öftere Falten nutzt sich das auch irgendwann ab, also die leben auch nicht lange. Max hat gemeint, das Spiel ist im Herzen ein Tabletop, das heißt, Leute sind auch einfach angehalten, sich hier selber Spielfelder zu basteln. Was natürlich toll ist, wenn man dazu in der Lage ist, bin ich nicht. Das heißt, ich bin immer angewiesen auf solche Sachen, auf Spielfelder, die mitgeliefert werden. Und gerade bei einem Spiel, das eben so als Komplettpaket kommt mit allen Komponenten, die man braucht, ist es natürlich umso schöner, wenn alle Komponenten auch einfach wertig und dauerhaft nutzbar sind. Das ist hier jetzt eher fraglich, wie lange das so halten wird und schön bleibt. Wie gesagt, eine persönliche Sache, viele von euch stört das, glaube ich, nicht so sehr. Wäre schön, wenn es vielleicht in Zukunft auch noch irgendwie eine Premium-Version gäbe oder sowas, wo dann eben ein richtiges Pub-Spielfeld beiliegt. Oder wenn sie vielleicht sogar, keine Ahnung, aus MDF ein Spielfeld produzieren würden, das einfach Feld eingezeichnet hat, das man dann noch irgendwie ansprühen kann oder dann noch ein bisschen begrünen oder sowas. Was vielleicht ein bisschen einfacher ist für manche Leute, als jetzt ein komplett eigenes, kacheliges Spielfeld herzustellen. Aber, wie gesagt, das ist einfach so ein bisschen so eine persönliche Sache. Soviel zu den Komponenten. Reden wir über das Spiel. Das Spiel ist nämlich tatsächlich recht spannend. Erstmal, ganz klassisch fangen wir an mit den Charakterkarten, wie die aufgebaut sind. Und wir haben hier immer schön unser Charakterporträt natürlich. Und wichtig, dieses Symbol, was hinter dem Charakterporträt zu sehen ist, das erkennt ihr vielleicht, hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Das sind Kartensymbole. Also wir haben Karo, Pik, Herz und so weiter. Das ist wichtig, weil das nämlich relevant ist für die Zusammenstellung der Banden im Spiel. Man hat immer vier Figuren dabei. Es gibt keine Punktwerte, finde ich immer schön. Das macht das Listenbauen deutlich smoother und das Balancing auch meistens ein bisschen sinnvoller. Und man muss, wenn man seine Bande zusammenstellt, einfach von jeder dieser Kategorien jeweils eine Figur mitnehmen, einen Charakter mitnehmen. Die erfüllen auch unterschiedliche Rollen. Also ich habe es jetzt, glaube ich, ich glaube, die Herzcharaktere sind passend immer so ein bisschen supportige Spellcaster. Dann haben wir die, ich glaube, die Kreuzcharaktere sind oft dann so, ja, Range Damage Dealer oder sowas. Also es ist eine sehr grobe Kategorisierung. Es ist nicht super eng, aber die passen dann schon normalerweise in bestimmte Kategorien rein, sodass man auch ungefähr weiß, wie man die einzusetzen hat. Also gerade so ein, genau, Karo ist dann eher so ein tankiger Charakter. Das ist dann hier bei der einen Fraktion ist es die mit dem fetten Schild und bei der anderen Fraktion ist es halt der mit dem dicken Schwert. Aber beide halten ziemlich viel aus und sind letzten Endes dafür gedacht, an vorderster Front zu stehen, während zum Beispiel die leichte Bogenschützin oder der Zauberer vielleicht nicht ganz vorne stehen sollte. Das ist relativ einfach vom Verständnis und finde ich auch sehr gut. Beim Listenbauen muss man tatsächlich gar nicht so viel beachten. Es gibt Fraktionen, in der Grundbox liegen die zwei Fraktionen bei, die ich auch hier jetzt von mir ausgebreitet habe. Es gibt schon eine weitere Fraktion, die kann man zusammenspielen. Die funktionieren natürlich auch sehr gut zusammen, aber man muss sie nicht zusammenspielen. Man kann hier auch komplett mixen und matchen, man kann die Charaktere durcheinander schmeißen, wie man will. Der Max hat auch schon davon gesprochen, dass es mehrere Spielmodi gibt, einfach einen, wo jeder so seine Charaktere mitnimmt. Es gibt dann auch einen Draft-Modus zum Beispiel, wo man einfach alle Charaktere ausbreitet und man pickt sich dann nach und nach seine Charaktere zusammen. Und das Einzige, was man dabei letzten Endes dann beachten muss, ist, dass alle in die unterschiedlichen Charakteren, alle unterschiedlichen Funktionen, Rollen abgedeckt sind. Das ist das Einzige Muss. Es kann sein, dass es in Zukunft dann auch noch so eine Art Fraktionsboni gibt, dass wenn man aus einer Fraktion alle Charaktere nimmt, dass die dann noch einen extra Bonus bekommen. Aber das ist momentan noch nicht der Fall. Das kann sich noch ändern. Momentan hat man da tatsächlich maximale Freiheit jenseits eben dieser Rollen, die man ausfüllen muss. Genau. Das Symbol der einzelnen Charaktere ist auch insofern dann noch wichtig, dass jeder Charakter eine Spezialfähigkeit hat, die aktiviert werden kann. Da steht dann auch nochmal dieses Symbol obendran. Und um diese Fähigkeit zu aktivieren, muss man eben eine Karte ausspielen, eine Handkarte mit diesem Symbol drauf. Und dann sind wir hier schon bei den Karten. Ich sag ja schon, jeder Spieler bekommt sein eigenes Deck. Deswegen liegen hier auch zwei Pokerkartendecks bei. Und vor dem Spiel werden die erstmal auseinander dividiert, die Karten. Aus diesem einen Pokerdeck wird dann für jeden Spieler werden zwei Decks gemacht. Eines davon sind die Fade-Karten. Die bestehen aus den Karten, Moment, ich muss kurz schauen, zwei bis vier. Also von jeder Farbe, von dem Symbol nimmt man die zwei bis vier Karten raus. Und die restlichen Karten, also die Karten fünf bis acht, inklusive der Bildkarten, der Charakterkarten, sind dann die Handkarten für jeden Spieler. Die haben dann unterschiedliche Rollen im Spiel. Die Fade-Karten, das sind sozusagen so Bonus-Karten, die man bei manchen Fähigkeiten, wenn man einen Upgrade hat, wenn man einen Buff hat für seinen Charakter gerade, da gibt es verschiedene Effekte, einen Angriffs-Buff, einen Verteidigungs-Buff, wie auch immer. Aber dann darf man oft so eine Fade-Karte zusätzlich bei einer Attacke nochmal ziehen und dann diesen Wert, den man zieht, drauf addieren auf den Wert, den man würfeln muss. Und wie gesagt, das sind dann relativ kleine Boni, können aber durchaus auch einen ganz schönen Unterschied machen, wenn der Gegner keine ziehen darf. Und die restlichen Karten, die dann die Handkarten sind, die hat man tatsächlich auf der Hand, zieht man in jeder Runde nach und spielt die für verschiedene Effekte aus, um eben seine eigenen Charakterfähigkeiten zu aktivieren. Ich dividiere das jetzt einfach mal auseinander, damit ihr das auch mal seht, wie das funktioniert. So sieht das dann aus. Ihr habt einen kleinen Stapel mit den Fade-Karten, mit den niedrigen Zahlenwerten und ihr habt einen großen Stapel mit den Handkarten, mit den hohen Zahlenwerten und den Bildkarten. Und in diesem Deck hier, in dem Fade-Deck, wird dann auch noch ein Joker untergemischt. Das ist wichtig, den kann man dann später universell einsetzen und der wandert dann auf die Kartenhand, wenn man den als Fade-Karte zieht. Und zusätzlich nimmt man noch einen weiteren Joker, den hat man in jeder Runde zur Verfügung und der wird dann auch immer aufgefrischt. Da geht es dann aber gleich nochmal drumherum, wenn es dann um die Kernmechaniken geht. Wir bleiben aber erstmal noch bei den Charakterkarten hier. Wie ich gerade gesagt habe, es gibt eine Spezialfähigkeit, die jeder Charakter aktivieren kann und dafür muss man eben eine Karte von der Hand ausspielen, die dieses Symbol hat. Man zieht zu Beginn der Runde auf, ich glaube, fünf Karten auf, plus den Joker. Kann auch sechs sein, ist jetzt in diesem Fall auch nicht so wahnsinnig schlimm und kann eben, wenn man so eine Fähigkeit aktivieren möchte, die entsprechend der Karte ablegen und kann dann die Fähigkeit aktivieren. Bei Lisara, hier unserer Tankfrau mit dem Riesenschild, das ist sie hier, sehr, sehr schöne Miniatur mit dem Riesenschild, bedeutet das zum Beispiel, Lisara führt eine Angriffsaktion durch, das Ziel erhält einen Paralyse-Marker. Das heißt, die macht dann so einen Shield-Bash und der Gegner kann dann in seiner nächsten Aktivierung nichts machen, außer diesen Marker entsprechend ablegen. Und dazu haben alle Charaktere dann immer noch eine weitere Unterstützungs- oder passive Fähigkeit, die wiederum immer triggert, wenn eben der entsprechende Trigger-Zustand erfüllt ist. In diesem Fall, Lisara kann zum Beispiel befreundete Helden in Reichweite A2, also in zwei Feldern Entfernung, erhalten eine Fade-Karte beim Verteidigen, wenn sie während einer Angriffsaktion als Ziel ausgewählt wurden. Das heißt, sie kann andere Charaktere in der Nähe beschützen und da kommt dann direkt eben das Fade-Deck zum Zuge, dass wenn eine Attacke abgehandelt wird, dann darf der Verteidiger eben eine Fade-Karte zusätzlich ziehen und diesen Wert dann addieren zu seinem Verteidigungswert. Dann haben wir unten noch die Stats, die ihr seht. Wir haben auf der ganz äußeren Seite haben wir die Ausdauer oder die Lebenspunkte. Das heißt, so viele Schadenspunkte kann ein Charakter erleiden, bis er ausgeschaltet wird. Aufgepasst, Charaktere können respawnen. Jeder Charakter oder fast jeder Charakter hat eine sogenannte Phönix-Feder. Das heißt, wenn ein Charakter einmal ausgeschaltet wird, dann ist er nicht ganz aus dem Spiel, sondern kann eben mithilfe dieser Phönix-Feder wiederbelebt werden und kommt dann in der Aufstellungszone wieder ins Spiel. Wenn er dann noch mal ausgeschaltet wird, dann ist er komplett weg. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars Shatterpoint, nur dass eben der Charakter tatsächlich vom Spiel genommen wird und nicht einfach bloß irgendwie rumtorkelt. Dann haben wir ganz klassisch hier den Bewegungswert. Der ist bei den meisten Charakteren gleich, bis auf ein paar ganz wenige, die ganz schnell sind. In dem Fall sind es eben vier Felder. Dann haben wir den Attackenwert. Der ist insofern, ja genau, der ist natürlich immer wichtig. Der wird, ich rede gleich über die Kampfmechaniken, die sind speziell und bei diesem Spiel eben ein bisschen anders wie bei anderen Spielen. Aber der wird auf jeden Fall addiert für den Angriffswert. Daneben ist immer noch eine kleine Zahl. Die bedeutet letzten Endes, wie weit die Attacke geht. Ein Bogenschütze hat dann zum Beispiel fünf Felder. Sie hat natürlich mit ihrer Nachgangs-Vertacke nur ein Feldreichweite. Dann haben wir noch die Anzahl Würfel, die ein Charakter wirft bei Attacken. Und daneben dann noch den Verteidigungswert. Der wird vom Angriffswert des Gegners abgezogen bei Attacken. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und der wird unterteilt in einen magischen und in einen nicht magischen Verteidigungswert. Beziehungsweise der erste Wert ist der nicht magische Verteidigungswert. Das ist wichtig, weil manche Charaktere nämlich bei ihren Attacken ein anderes Symbol haben. Wie zum Beispiel hier unser Zauberer, der Nargold. Das ist super lustig. Nachbarort von dem, wo ich gewohnt habe, hieß früher. Heißt Nargold. Und der benutzt magische Attacken. Einfach magischen Schaden, wenn er Schaden verursacht. Das heißt, der normale physische Verteidigungswert greift hier nicht, sondern eben nur der magische Verteidigungswert. Soweit eigentlich so Standard. Ich denke mal, die meisten von euch werden jetzt schon eine grobe Vorstellung davon haben, wie jetzt so ein Match eigentlich ablaufen kann. Ganz klassisch haben Charaktere, wenn man sie aktiviert, zwei Aktionspunkte. Man kann Aktionen wiederholen. Das heißt, man kann zum Beispiel zweimal laufen oder so. Und man kann auch zweimal attackieren, diese ganzen Geschichten. Und die Charaktere bewegen sich über das Spielfeld, kloppen sich so ein bisschen und müssen Missionsziele erfüllen. Für diese Missionsziele gibt es dann eben diese Questkarten. Das heißt, die Missionen heißen auch nicht Missionen, sondern Quests, die die Charaktere erfüllen müssen. Wir haben hier einfach beispielhaft mal eine Mission, die wir auch gespielt haben, als wir unser Testspiel gemacht haben. Da werden auf dem Spielfeld Kristalle platziert. Kristalle werden, glaube ich, öfter eine Rolle spielen. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Crystal Collapse, das Spiel. Ansonsten kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Sie sind auch hier auf dem Spielfeld überall zu sehen. Das ist allerdings bloß Verzierung. Wie man die platziert, bestimmt dann nachher das Szenario. Genauso wie man seine Charaktere aufstellt, ein bestimmtes Szenario. Und in diesem Fall war es zum Beispiel so, dass man unterschiedliche Kristalle hatte, A- und B-Kristalle. Und das Ziel war, die, ich glaube, die A-Kristalle zu zerstören. Ja, genau, die A-Kristalle zu zerstören. Aber die werden erst anfällig für Schaden, wenn man die B-Kristalle zerstört hat. Wenn man einen B-Kristall zerstört, die haben dann auch eigene Lebenspunkte und Verteidigungswerte und sowas. Dann wird zufällig über eine Fade-Karte entschieden, welcher von den A-Kristallen angreifbar wird. Und dann muss man eben gucken, wer schneller ist. Und man muss schon so ein bisschen auf das Szenario gehen. Man kriegt keine extra Punkte. Bzw. man kriegt, doch, genau, man kriegt Punkte, wenn man eben einen gegnerischen Helden ausschaltet. Und man kriegt noch mehr Punkte, in dem Fall drei Punkte, wenn man einen Gegner komplett ausschaltet. Also wenn er keine Phönix-Feder mehr hat und ausgeschaltet wird. Und ansonsten macht man vor allem eben Punkte, indem man diese Kristalle zerstört. Das ist jetzt bisher die einzige Quest, die ich gesehen habe. War tatsächlich ganz witzig. War ein bisschen random irgendwie, welche Ziele dann nachher verfügbar werden. Das konnte halt durchaus sein, dass ich auf meiner Seite einen B-Kristall zerstöre und dann aber der A-Kristall, der näher an meinem Gegner dran ist, freigeschalten wird. Dann muss man halt gucken, dass man da schnell hinkommt. Man kommt generell bei dem Spiel super schnell überall hin, wenn man entsprechend seine Fähigkeiten richtig einsetzt. Es gibt auch diverse Fähigkeiten, die einem die Möglichkeit geben, die Position zu verändern. Zum Beispiel er hier mit dem Speer, das ist Joshua. Das ist so ein Drachen-Lanzo, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung vom Hintergrund, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der kann eben so eine Sprungattacke machen, wo man ihn einfach noch mal vier Felder weiter irgendwo platzieren kann und angreifen kann. Das macht ihn natürlich ganz besonders gefährlich für Fernkämpfer und Magier und diese ganzen Charaktere. Ihr habt wahrscheinlich da eine Vorstellung davon, wie die quasi Steinschere-Papier-Sache hier greift. Aber jetzt sehen Sie jetzt von den einfachen Bewegungs- und Aktivierungsmechaniken ist natürlich auch noch wichtig, wie es aussieht mit dem Kämpfen. Weil das ist natürlich der Kern von so einem Spiel. Und da kommen, wie gesagt, wieder die Handkarten zum Tragen und es kommen die Fade-Karten zum Tragen. Wenn eine Attacke abgehandelt wird, dann werden die beiden Charaktere, die sich bekämpfen, hergenommen. Und es wird erst mal gesagt, okay, wir haben einen Angriffswert. Sagen wir mal, Lissara möchte gerne Nargold angreifen. Lissara hat einen Grundangriffswert von sieben. Und Nargold hat einen Grundverteidigungswert von null. Das heißt, bei ihm wird nichts hinzuaddiert. Das heißt, wir haben erst mal sieben minus null. Dann spielen beide Spieler eine Handkarte aus. Das können entweder die Standard-Zahlenkarten sein. Ihr wisst ja, die gehen von 5 bis 10. Beziehungsweise das Ass ist dann eine 11, genau. Und die Bildkarten haben eine besondere Bewandtnis. Die sind nämlich, die stellen verschiedene Gottheiten da im Spiel, die dann noch mal Zusatzeffekte haben, wenn man die ausspielt. Aber sagen wir es einfach erst mal der Einfachheit halber. Dass wir Zahlenkarten ausspielen. Das heißt zum Beispiel, Lissara sagt, okay, ich spiele eine sieben. Und der liebe Nargold spielt eine neun. So. Dann wird beides jeweils zum Angriff oder zum Verteidigungswert hinzuaddiert. Das heißt, bei Lissara wären wir dann bei einer sieben plus sieben. Das heißt, sie ist bei 14. Und Nargold hat einfach eine Flat 9, die dann wiederum von der 14 abgezogen wird. Das heißt, wir sind bei einer 5. Und dann wird Attacke gewürfelt von Seiten Lissara. Und der eigentliche Würfelwurf funktioniert dann so ein bisschen wie bei Infinity. Ihr werft einen W20. Und der wird dann, ihr müsst den Zielwert, den ihr habt, der sich ergibt, aus Angriffswert minus Verteidigungswert. Das heißt, wir sind hier jetzt, wie gesagt, bei 14 minus 9. Sind wir bei 5. Das heißt, ich muss eine 5 oder niedriger treffen, um tatsächlich Schaden zu verursachen. Ich werfe so viele Würfel, wie der Charakter an Würfeln zur Verfügung hat. In diesem Fall jetzt zum Beispiel zwei Würfel hat Lissara. Und jede 5, die genau auf dem Ziel trifft, ist ein kritischer Treffer. Jede 1 ist ein kritischer Treffer. Und jede 20 ist ein kritischer Treffer. Die verursachen jeweils zwei Punkte Schaden. Und alle anderen Würfelwürfel, die unter dem Zielwert landen, verursachen eben 1-Punkt-Schaden. Und dann würfelt man einfach seine Würfel und verursacht seinen Schaden und guckt, was passiert. Wenn der Schaden über dem Lebenspunktenwert des Ziels liegt, das nur noch 5 übrig hat, dann wird er ausgeschaltet. Wenn er noch einen Phönix-Fehler hat, dann kann er respawnen in der nächsten Runde. Wenn nicht, dann ist der Charakter komplett weg. Das ist so ein ganz einfaches Nahkampf-Szenario oder Kampf-Szenario generell. Wir haben noch ein paar weitere Faktoren, die da mit reinspielen können, wie eben die Fate-Karten. Die können durch verschiedene Elemente hinzugefügt werden. Die können durch einen Charaktereffekt hinzugefügt werden. Wir haben es ja eben schon gehabt, dass zum Beispiel Lissara diesen Effekt hat, dass sie Verbündete beschützen kann innerhalb von zwei Feldern. Das heißt, gehen wir jetzt mal vom seltsamen Szenario aus, dass Lissara Narkold angreift und ihn gleichzeitig beschützt. Dann würde der eben noch zusätzlich eine zufällige Fate-Karte ziehen dürfen, die dann auch auf seinen Verteidigungswürfel hinzuaddiert wird und entsprechend dann auch vom Angriffswert von Lissara abgezogen wird. Da gibt es dann auch nochmal wieder Effekte, die das irgendwie verbessern können oder so. Nagold selbst hat zum Beispiel eine Fähigkeit, die Verbündeten und ihm selbst die Möglichkeit geben, jedes Mal, wenn er eine Fate-Karte zieht, dann darf er eine mehr ziehen und sich dann die aussuchen, die er nutzen möchte. In den meisten Fällen wird das die höhere sein, der möchte unbedingt sterben und dann gibt es eben noch diese Bildkarten, die eben die verschiedenen Gottheiten darstellen in Crystal Collapse. Wir haben den Buben, ich lege die da nicht hin, weil dann seht ihr den nicht. Wir haben die Königin, wir haben den König und wir haben das Ass und jede von diesen Karten stellt eine andere Gottheit dar. Ich blende es euch jetzt auch gleich nochmal ein, damit ihr das nochmal seht. Gleich dabei, was mir direkt aufgefallen ist, ein Ass ist nicht elf wert, sondern zehn, so wie alle Götterkarten. Aber von oben nach unten haben wir die Königin, die stellt die Göttin Shiva, die Eiskönigin dar und die verbessert den Verteidigungswert oder die Verteidigung eines Charakters, der sie ausspielt. Also wenn du die in der Verteidigung ausspielst, wenn du sie auf der Hand hast, egal welches Symbol übrigens, es kommt tatsächlich darauf an, welches Bild drauf ist, dann bekommst du eine Fate-Karte in der Verteidigung. Im Angriff bringt die nichts, aber in der Verteidigung ist es sehr nützlich. Dann haben wir den Buben, der stellt Ifrit, den Feuerquell dar, das ist dann das Counterpart für den Angriff, das heißt, da bekommst du eine Fate-Karte, wenn du im Angriff bist, darfst die dann zusätzlich ziehen und zu deinem Angriffswert hinzuaddieren. Dann haben wir das Ass, das ist der Winddrache Garuda, da bekommt ein Held, der angegriffen wird während einer Angriffsaktion, einen Schutzmarker. Dieser Schutzmarker, das ist einfach ein Token, den kann man, muss man nicht, aber der wird eben, der verfällt am Ende von einer Runde. Aber der kann ausgegeben werden, um dem Gegner einen Würfel zu klauen, das heißt, wenn der Gegner drei Angriffswürfel hat, dann kann man mit dem Schutzmarker einen Würfel entfernen. Und in die andere Richtung dann haben wir am Schluss noch den König, das ist dann Brahma, der Titan und der ist dann auch wieder der Counterpart für den Angriffsmarker statt den Verteidigungsmarker. Das heißt, da kann der Angreifer den Angriffsmarker ausgeben und bekommt dann noch einen Würfel mehr. Und am Ende ergibt das dann tatsächlich ein nicht wirklich komplexes, aber schon ausgefeiltes Kampfsystem, das von einigen Faktoren abhängig ist. Weil, ihr erinnert euch ja vielleicht daran, das Kartendeck, mit dem ihr hier arbeitet, das hat jeder Spieler für sich. Das heißt, ihr zieht nicht aus einem geteilten Deck, sondern ihr arbeitet mit einem eigenen Deck und da müsst ihr euch auch erstmal durcharbeiten. Ihr habt am Ende von der Runde die Möglichkeit, Karten abzuwerfen und neue aufzuziehen. Das heißt, ihr habt auch so ein bisschen die Möglichkeit, euch eure Kartenhand so ein bisschen zu optimieren. Müsst ihr aber auch so ein bisschen gucken, dass ihr nicht alle eure Karten raushaut. Weil nämlich jedes Mal, wenn ihr eure komplette Kartenhand aufgebraucht habt in der Runde, dann dürft ihr, das ist ganz nett, dann dürft ihr eine komplett neue Kartenhand aufziehen. Aber dann bekommt der Gegner einen Punkt. Gut, das heißt, wenn ihr das zu oft macht, dann gebt ihr eurem Gegner einen Vorsprung und das Spiel endet, das sieht man hier auf der Seite, da ist so ein Punktetracker, wenn ein Spieler acht Punkte erreicht, was erstaunlich schnell sein kann. Und das Spiel endet dann auch sofort, wenn ein Spieler auf die acht ist. Also man hat nicht noch eine Runde Zeit oder so, sondern sobald ein Spieler auf der acht ist, vorbei. Mein Match, das wir gemacht haben im Tabletop-Simulator, habe ich so verloren, dass ich meine ganzen Karten rausgehauen habe. Weil ihr braucht die für relativ viel Zeug. Weil ihr braucht einerseits die Symbole auf den Karten, um die Fähigkeiten zu aktivieren, eure Charaktere, die sehr, sehr nützlich und sehr, sehr wichtig sind. Ihr braucht aber gleichzeitig auch eben die guten Karten, um Attacken zu verstärken. Ganz besonders natürlich die Bildkarten, die dann eure Attacken ganz besonders verstärken. Und am Anfang wirkt es so ein bisschen, als hätte man im Überfluss alles die ganze Zeit, bis man dann merkt, ach shit, ich habe ja meine ganzen hohen Zahlenkarten irgendwie schon rausgehauen. Das heißt, die nächsten paar Karten, die ich jetzt hier ziehen werde, werden wahrscheinlich eher erstmal noch ein bisschen niedrigere Karten sein. Ähnlich läuft es mit dem Fade-Deck, das wird auch immer durchzirkuliert. Das heißt, wenn ihr da alle Karten gezogen habt, dann wird das einfach neu gemischt und wieder hingestellt. Aber wenn ihr eben schon ein paar Mal jetzt die vier gezogen habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wahrscheinlich jetzt bald keine vier mehr kommen wird. Genauso umgekehrt, wenn ihr relativ viele niedrige Karten gezogen habt, dann könnt ihr relativ sicher sein, dass da ein paar höhere Karten dann nachher dabei rauskommen, wenn ihr eben eine Fade-Karte braucht. Das erinnert so ein ganz kleines bisschen an Malifaux, das ja auch mit Pokerkarten arbeitet, wo man auch so ein bisschen diesen Effekt hat. Dass man so ein bisschen entscheiden muss, wie gehe ich mit meinen Karten um. Ich habe meine Handkarten zur Verfügung, um meine Aktionen, meine Attacken zu verstärken, aber ich muss trotzdem immer entscheiden, wann ich das machen sollte und in welchem Umfang. Und ich kann auch immer so ein bisschen bluffen, so ein bisschen pokern tatsächlich, um meinen Gegner dazu zu verleiten, vielleicht seine hohen Karten rauszufeuern. Oder ich entscheide halt, okay, ich mache jetzt meine ersten paar Aktionen jetzt in der Runde, versuche ich erstmal den Gegner so ein bisschen zu ködern, mache Sachen, die ein bisschen unwichtiger sind für mich, für meinen eigentlichen Plan, um eben meinen Gegner dazu zu verleiten, so ein bisschen seine Verteidigung irgendwie voll rauszuhauen, dass er nachher nichts mehr wirklich zur Verfügung hat oder mir vielleicht einen Punkt schenkt, weil er so viele Karten schon ausgegeben hat. Und dann haue ich später meine richtig krassen Karten raus. Es gibt übrigens dann auch noch den Joker, habe ich ja eben schon erwähnt gehabt, von dem gibt es in jedem Kartendeck zwei. Einer von den Jokern, den hat man zu Beginn der Runde immer auf der Hand, also den nimmt man auch immer wieder auf die Hand, der wird nicht ins Deck reingemischt. Und der kann alles sein. Also das ist einfach eine Karte, da sagst du einfach, das ist jetzt Shiva, die Eiskönigin. Oder das ist jetzt einfach eine Karo-Karte oder eine Kreuzkarte. Also die kann man immer benutzen, allerdings nur einmal. Das heißt, wenn man die in der Runde verbraten hat, dann ist sie erstmal weg, die kriegt man erst in der nächsten Runde wieder. Es sei denn, man zieht aus dem Fate-Kartendeck den zweiten Joker, der da mit drin versteckt ist. Sobald man den gezogen hat, darf man den auch mit auf die Hand nehmen und hat ihn für den Rest des Spiels auch jede Runde zur Verfügung. Das heißt, wenn man es geschickt macht, wenn man vor allem seine Fate-Karten ordentlich durchzirkuliert, dann kriegt man relativ schnell den zweiten Joker und hat dann auch wieder direkt mehr Möglichkeiten, mit eben guten Karten zu arbeiten. Und es mag vielleicht jetzt der Eindruck entstehen, dass man dann ja irgendwie immer gute Karten auf der Hand hat, weil man hat dann ja haufenweise Joker und Bildkarten gibt's ja auch nicht so wenig im Kartendeck und so. Und wenn man das richtig macht, ja, hat man am Anfang. Aber glaubt mir, je weiter das Spiel voranschreitet, desto mehr merkt man, dass da doch immer mal eine Karte fehlt, die man jetzt gerne hätte oder es fehlt vielleicht dann doch das passende Kartensymbol. Oder will ich jetzt wirklich meinen Joker raushauen, damit ich irgendwie diese eine Charakterfähigkeit einsetzen kann, aber ich brauche den doch später vielleicht noch für eine Attacke und so weiter und so weiter. Also da ist echt einiges, das man mit bedenken muss und das auch dieses ganze Kampfsystem einfach auch spannend, interessant, ein bisschen anders macht. Es ist natürlich trotzdem Elemente drin von eben Sachen wie Infinity mit der Würfelmechanik und ja, ein W20 ist super spiky, das wird er auch immer sein, der geht in alle Richtungen und du kannst da wahnsinnig viel Zeugs verwürfeln. Und was ich auch festgestellt habe, gerade in dem ersten Match, um das wirklich bestätigen zu können, müsste ich noch mehr Spiele spielen, aber einfach so gesagt, durch die vielen Modifikatoren hat man einerseits mehrere Stufen an Randomness. Das heißt, es ist erstmal in einer gewissen Weise zufällig, welche Handkarten man zur Verfügung hat. Man hat dann natürlich die meiste Kontrolle darüber von all den Sachen, weil du entscheidest selber, wann du deine Karten ausspielst, aber welche Karte du zum Beispiel am Anfang auf die Hand ziehst, das kannst du natürlich erstmal nicht kontrollieren. Also deine Möglichkeiten sind erstmal eingeschränkt. Dann sind natürlich die Fadekarten ein Zufallselement, wenn du eine Fadekarte ziehen darfst, dann heißt es nicht, dass da eine gute rauskommt, sondern es kann halt auch trotzdem irgendwie nur die 2 sein oder so. Was eben bei einem W20 nicht so den Riesenmodifikator ausmacht und dann kommt noch der W20 obendrauf, der gewürfelt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein super deterministisches System ist, wo eigentlich Attacken immer klar sind, wie sie ausgehen und sowas, sondern es ist wirklich so, dass die Modifikatoren am Ende, wenn alles zusammenläuft, spielen eine wichtige Rolle, ganz besonders, wenn man wirklich die gut genutzt hat. Wenn man aber so eine Standardbegegnung hat zwischen zwei Charakteren, die ungefähr gleich auf sind, also du hast 1 gegen 1, es haben beide einigermaßen gute Karten noch auf der Hand, dann entscheidet letzten Endes der Würfel, ob es jetzt gut ist oder nicht. Das ist einfach, das wird immer so sein, finde ich auch völlig okay, wir sind ja immer noch bei Würfelspielen. Was man hier tatsächlich noch machen kann, und das ist auch ein Teil des Skills, der in dem Spiel mit drin ist, jenseits von, okay, ich entscheide, wann ich welche Karten sinnvoll einsetze, ist Positionierung. Weil wie eben auch in Final Fantasy Tactics und in hier den ganzen anderen Tactics Spielen, die ich nicht gespielt habe, deswegen fallen sie mir nicht ein, ist Positionierung unglaublich wichtig. Ähm, man kriegt extra Würfel, ähm, man kriegt extra, äh, der Gegner verliert Würfel, äh, man kriegt Fadekarten, diese ganzen Sachen, wenn man hinter einem Gegner steht, wenn man ihn angreift. Also man kann den Gegner umrunden, die haben auch hier diese kleinen, diese kleinen Noppen vorne dran, äh, um zu zeigen, okay, in welche Richtung guckt der gerade, dann kann man den Gegner umzingeln, man kann mit mehreren Charakteren den Gegner, äh, quasi, ähm, in Kontakt sein, dann bekommt man auch nochmal einen Bonus und das summiert sich irgendwann auf, weil ihr habt vielleicht jetzt gerade gesehen, in diesem Duell zwischen, äh, Lisara und Nargold, ähm, mit normalen Standardkarten ist man nachher bei einer, bei einer Fünf, die man würfeln muss, äh, das ist, ja, da kommen dann vielleicht so ein, zwei Schaden rum, das ist, äh, okay. Und das ist zwischen einer Nahkämpferin und einem Spellcaster, also wo man normalerweise denken würde, so, ja, ah, okay, äh, da, 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 die würde ja normalerweise, wahrscheinlich würde der schneller umfallen, ähm, sobald da noch ein paar weitere Faktoren mit reinspielen, wie eben ein extra Angriffsmarker oder, äh, eine, eine passende Karte, die man gespielt hat oder eben eine Fadekarte, die man noch dazu gekriegt hat durch einen, einen Effekt oder eben durch Überzahl oder wenn man ihn von hinten angreift, diese ganzen Geschichten wird das sehr, sehr schnell, äh, bewegt sich das in sehr, sehr unangenehme Richtungen, wo man dann auch sehr schnell sehr viel Schaden verursachen kann und, äh, gerne mal ein Charakter einfach mit einer Attacke weg ist. Und da spielt dann wiederum noch rein, dass es hier und da jetzt schon, äh, bei den Charakteren, und es wird wohl noch öfter mehr kommen bei weiteren Charakteren, die für die einzelnen Fraktionen rauskommen, ähm, Positionierungsfähigkeiten eine sehr große Rolle spielen. Also sowas wie eben dieser Lanzenträger, der, äh, durch die Gegend springen kann und einfach an Leuten vorbeispringen kann, weil man kann natürlich nicht durch Gegner durchlaufen, aber man kann über sie drüber springen, wenn man eine entsprechende Fähigkeit hat, ist unglaublich wertvoll. Genauso wie zum Beispiel, äh, der, der Dude hier mit dem Riesenschwert, äh, Kurado heißt der, äh, die Möglichkeit hat, äh, Gegner mit einem Sturmangriff, äh, zur Seite zu schieben. Das heißt, so kann man die entweder in eine, für die, für so eine sehr unglückliche Position schieben, äh, wo es umzingelt ist von anderen oder vielleicht gegen ein Geländestück schieben, wodurch dann Schaden verursacht wird oder eben wegschieben von einem befreundeten Modell, sodass dieses nicht mehr, äh, in der Unterzahl ist. Also Positionierung ist hier super wichtig und auch das macht wieder den Faktor aus, was es wieder näher ranbringt an die tatsächliche Computerspielvorlage. Zumindest ist das das, an das ich mich immer erinnert hab, dass irgendwie, ja, wenn man nachher irgendwie einen super hochgelevelten Megacharakter hat, der macht auch alleine alles platt, aber am Ende sind's immer Taktikspiele und es sind immer so ein bisschen so, so Schach, Schach in, äh, in Verkleidung. Und, äh, auch hier ist es eben so, dass man sehr viel manövrieren muss, sehr viel Entscheidungen treffen muss, wo ich meine Charaktere wann haben will. Und, äh, das macht dann tatsächlich auch den Reiz aus von dem Ganzen, besonders eben, wenn man dann auch die Fähigkeiten, äh, gut einsetzen muss, wenn man seine Kartenhand im Blick behalten muss, ähm, wenn man das Kartenmanagement betreiben muss. Da ist immer auch so ein bisschen so Kartenzählen, äh, mit drin, das kann man durchaus auch hier machen, dass man einfach so ein bisschen Wahrscheinlichkeiten im Kopf zumindest grob durchrechnet, welche Karten jetzt als nächstes kommen könnten und so. Also, es sind sehr viele Faktoren drin, die es eben einfach nicht standardsgermischer machen, sondern zu einem einfach sehr spannenden Spiel. Ob das jetzt reicht, um es für euch nah genug eben an die Computerspielvorlage reinzubringen, das ist euch überlassen, letzten Endes. Äh, wie gesagt, ich bin nie ganz in diesem Genre drin gewesen, ich hab da immer kleine Berührungspunkte gehabt, ähm, aber ich hab auf jeden Fall dieses Gefühl gehabt, ja, okay, irgendwie erinnert mich das da dran. Und, äh, ich, also man merkt definitiv die Einflüsse, äh, die Ideen, die dahinter stecken und, äh, ich persönlich find's sehr gut. Also, ich, ähm, muss definitiv noch ein paar mehr Matches spielen. Es ist auch angedacht, dass sobald das Spiel in vollem Release geht, äh, dass ich dann quasi auch die fertige Version einmal krieg, ähm, und dann würde ich definitiv, glaub ich, auch mal einen Spielbericht machen, weil das ist hier, glaub ich, ganz gut abbildbar bei dem Spiel. Es spielt sich auch angenehm schnell, also man spielt hier nicht Stunden und Stunden und Stunden, sondern ich würd mal sagen, Leute, die wissen, was sie tun, ähm, sind in unter einer Stunde durch mit nem Match. Das Spielfeld ist superschön, übersichtlich und klein, äh, kann man wunderbar, äh, auf den Küchentisch setzen, man braucht kein riesengroßes Spielfeld dafür. Die Miniaturen sind absolut in Ordnung, ähm, ich find den Style gut, sie passen sehr gut in diesen Anime-Style rein. Das Spielfeld, ähm, ja, hab ich ja schon erwähnt, dass das jetzt nicht mein Favorit ist unter den Spielfeldern, aber, äh, die Bastelfreudigen unter euch können da garantiert auch noch was Cooles machen und vielleicht gibt's da eine Möglichkeit, dass irgendwann mal auf ein Pab-Spielfeld kommt. Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie erfolgreich das Ganze ist. Und, äh, eine Sache, die ich mir tatsächlich auch noch wünschen würde, ähm, hab ich ja auch dem Max gesagt, ich weiß, das ist eher unrealistisch, aber ich hätte gerne, ähm, Pab-Standys oder Acryl-Standys, Pab-Standys sind, glaub ich, ein bisschen, äh, realistischer für die Miniaturen, weil ich find die Artworks so toll, ähm, ich hätte die gerne so auf dem Spielfeld stehen, in 2D. Ich, ich mag das, ich mag Standys, ich mag Standys auch bei solchen Spielen, ich glaube, das wäre für einige Leute ganz interessant. Ich würde vor allem gerne Standys haben von diesen kleinen, äh, Pixel-Art-Versionen. Ich hätte gerne so eine Premium-Edition oder was weiß ich, eine Collectors Edition oder, oder eine, eine, eine Digital Edition, was weiß ich, wie man die nennen mag, die eben, äh, nicht mit 3D-Figuren kommt, sondern wirklich mit, äh, diesen kleinen Pixel-Art-Versionen von den Figuren als 2D-Standys, sodass man auch wirklich so diesen, diesen Parallaxing-Effekt hat, äh, von eben den Figuren, die dann so auf dem Spielfeld stehen, die man dann da rumschieben kann. Das fände ich richtig cool, ist super unrealistisch, aber, äh, man kann ja noch träumen. Ja, aber jetzt erstmal so zum Fazit, es gibt natürlich ganz viele weitere Faktoren, die hier noch reinspielen bei dem Spiel. Es gibt Deckung, ähm, es gibt, äh, Effekte von, äh, Terrainhöhe, deswegen gibt's eben diese Blöcke hier. Da hat man dann auch noch einen Bonus, wenn man eben von oben runter attackiert. Äh, wie ich gesagt hab, es gibt verschiedene Schadensarten, ähm, es gibt Charaktere, die ganz besonders gut mit, äh, Missionszielen interagieren, die mehr Schaden zum Beispiel machen, wenn sie Missionsziele angreifen und so weiter. Also, da kann man tatsächlich einiges mitmachen, äh, es ist auch einiges an Spieltiefe definitiv drin. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf die finale Version dann nachher. Was ich bisher gesehen hab, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich find, äh, der Max ist ein sehr guter Spieldesigner, ähm, hat ja auch zum Beispiel, äh, kürzlich an, oder kürzlich, ist auch schon mal eine Weile her, den Nanolive Kickstarter erfolgreich, äh, durchgebracht. Der wird, glaub ich, auch gerade ausgeliefert. Ist auch ein hervorragendes Spiel, eher mit nem Storytelling, ähm, Koop, Dungeon-Crawling-Aspekt mit drin. Äh, nicht hier so skirmisch. Aber, äh, der Max ist einfach, das hab ich schon ganz oft gemerkt, ich hab mit ihm auch schon öfters gesprochen, auch auf der Spiele und sowas. Der ist einfach ein, der ist ein richtiger Japanophiler, ja. Also, der mag einfach, äh, diesen Anime-Style. Der ist auch ein riesen Gundam-Fan. Ähm, und, äh, der ist vor allem jemand, mit dem hab ich mich schon unterhalten darüber, dass es eigentlich seltsam ist, dass diese ganzen japanischen, äh, Spiele, äh, JRPGs, äh, Gundam, Final Fantasy, äh, dass es davon nicht wirklich Tabletops gibt. Oder nicht mal, in den meisten Fällen nicht mehr gescheite Miniaturen-Brettspiele wie Dungeon-Crawler oder sowas. Und, äh, der ist aber halt einfach jemand, der macht es dann halt einfach, wenn's fehlt. Wenn die Großen hier Bandai und sowas nicht hinkriegen, mit ihren gigantischen Franchises ein Spiel zu machen, äh, ein Kickstarter zu machen, wie auch immer. Der wahrscheinlich weggehen würde wie geschnitten Brot, ähm, dann macht man's halt selber. Das ist das Schöne in den Zeiten, in der wir leben, dass man mit 3D-Druck ein bisschen und, äh, Komponenten, äh, tatsächlich was auf die Beine stellen kann, äh, das dann auch den großen Konkurrenz machen kann. Und, ja, dann, dann ist vielleicht halt einfach das Spielfeld aus, äh, Papier und, äh, die Elemente sind aus, äh, MDF und die Miniaturen sind 3D-gedruckt, äh, statt aus PVC oder aus Resin gegossen oder aus Metall oder aus Hartplastik in Gussrahmen. Es ist trotzdem gut. Also, warum nicht? Schaut gerne auf der Webseite vorbei von, äh, Woodpecker Games. Da kann man das Ganze jetzt vorbestellen, wie gesagt, in verschiedenen Versionen. Man kann auch nur die Miniaturen vorbestellen. Finde ich auch eine super tolle Sache, wenn man sich vielleicht gar nicht für das Spiel interessiert, aber die Miniaturen gerne haben will, kann man auch die vorbestellen. Man kann sich aber auch so ein Komplettpaket holen mit diesen 3D-Elementen und diesem ganzen Zeug. Das ist auch cool. Also, finde ich cool. Also, von mir definitiv erstmal einen Daumen hoch. Ich bin sehr gespannt auf meine nächsten paar Matches und, äh, werde euch natürlich dann entsprechend auch auf dem Laufenden halten und noch einen Spielbericht bringen, sobald die Möglichkeit besteht. So, das war jetzt erstmal zum Thema und jetzt noch in eigener Sache. Hallo, ich bin wieder da. Ihr habt's vielleicht bemerkt. Also, ich weiß, einige von euch haben's bemerkt, weil ich hab ganz viele super liebe Nachrichten gekriegt im Sinne von, Tobi, Tobi, was ist los? Äh, Tobi, ist alles okay bei dir? Du hast so lange keine Videos mehr gebracht. Und ja, bei mir ist alles super, sogar besser als super. Ähm, ich denke mal, die meisten von euch haben's mitgekriegt im letzten Jahr, dass ich Papa geworden bin. Äh, meine kleine Tochter ist jetzt fünf Monate alt und hält uns ordentlich auf Trab. Das ist aber ein super liebes Baby. Und ich hab einfach die letzten paar Monate wirklich, äh, versucht, mich auf meine Tochter zu konzentrieren. Und, äh, es ist wirklich, ähm, einfach so als kleiner Hintergrund für meinen normalen Arbeitsmodus, wenn ich Videos mach, ich mach das ja neben der Arbeit, ich mach das ja in meiner Freizeit. Und, äh, ich mach das gerne mal, vielleicht, ich hab das in der Mittagspause früher gemacht. Ich arbeite ja hier aus dem Homeoffice, ähm, oder dann mal direkt nach der Arbeit und, äh, hier und da mal wieder eine Stunde investiert, auch fürs Schneiden und sowas. Und, äh, mir ging's jetzt tatsächlich einige Zeit lang so, dass ich jedes Mal, wenn ich normalerweise Zeit gehabt hätte, Video-Zeugs zu machen, äh, hatte ich einfach auch die Option, einfach mein, mein Büro hier zu verlassen und, äh, nach meiner Tochter zu gucken, mit meiner Tochter zu spielen. Und, ähm, ich denke mal, ihr werdet nachvollziehen, könnt ihr mir verzeihen, dass, dass die attraktivere Option von beidem war. Und ich hab dann irgendwann gesagt, komm, also, du machst dir jetzt hier keinen Stress, du machst ja den Kanal nicht als Beruf, sondern, ähm, du machst den zum Spaß und, äh, du fängst es wieder an, wenn du wieder Zeit und Lust hast. Und das ist jetzt soweit. Also, ich bin jetzt definitiv an dem Punkt angekommen, wo ich echt nicht mehr warten konnte und einfach wieder Zeugs machen musste. Weil ich bin halt einfach eine Aufmerksamkeitshure und, äh, ich wollte einfach wieder Content bringen. Ich wollte auch einfach, äh, gerade sowas hier, äh, vorstellen, weil ich's einfach richtig cool fände. Wieder ein Projekt made in Germany, ähm, mit deutschen Regeln und allem drum und dran. Und es gibt's einfach wenig genug. Ähm, dementsprechend möchte ich das auch gerne supporten. Und da kommt auch noch mehr Zeug jetzt in nächster Zeit. Ich hab da schon einige Videos in Planung zu verschiedenen Sachen, eigene Sachen, die ich mach, äh, Spiele, die ich vorstellen will und so weiter. So wie ihr das kennt. Ich versuche jetzt wieder in so einen Ein-Video-pro-Woche-Tonus reinzukommen. Falls das mal nicht klappen sollte, dann, dann wisst ihr Bescheid, warum. Dann hat halt einfach mich mal wieder mein Baby angelacht und ich hab gesagt, ach komm, Videos kann ich auch morgen noch machen. Meine Tochter ist jetzt klein. Ähm, einfach bloß, damit ihr da Bescheid wisst. Und genau, das war einfach bloß der liebe Punkt. Nur nochmal, also, ich find's super lieb, dass sich Leute von euch Sorgen gemacht haben. Es ist, tut mir leid, dass ich keine große Ankündigung gemacht hab oder so, aber ich weiß das auch aus Erfahrung. Selbst wenn ich sowas ankündige, dann sieht es auch nur ein Bruchteil von euch, weil nicht jeder guckt alle Videos an, nicht jeder guckt alle Videos bis zum Schluss an. Nicht jeder ist auf Instagram, nicht jeder ist auf Facebook, nicht jeder sieht YouTube, äh, Textnachrichten, bla bla bla. Ähm, von dem her hab ich gesagt, ach komm, jetzt machen wir einfach so, wie es ist und dann sind, dann komm ich einfach wieder, wenn ich wiederkomm und jetzt bin ich wieder da und wir haben alle wieder zusammen Spaß. Und bevor ich dann noch euch wieder ins Wochenende entlasse, zwei kleine Hinweise, ähm, einfach bloß von Projekten, von Freunden von mir, die, die gerade laufen oder angelaufen sind. Ähm, einerseits, äh, gibt es einen neuen Kickstarter zu All That's Left, ein Zombie-Apokalypse-Tabletop-Miniaturenspiel aus Deutschland. Habe ich auch schon in der Vergangenheit, äh, vorgestellt mal in der Grundversion, da gibt es jetzt eben einen Kickstarter mit, äh, ein paar, paar neuen Sachen dazu, ähm, quasi für eine neue, für eine neue Edition. Und, äh, außerdem hat, äh, der liebe Schadelsammler, der René, der für mich schon ganz, 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 ganz viele Miniaturen angemalt hat, der sich auch direkt gemeldet hat, um diese Miniaturen zu, zu bemalen, wo ich aber sagen muss, sorry, die muss ich jetzt erstmal weiterschicken, die kann man nicht bemalen. Ähm, ähm, der hat einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, wo er auch Spielberichte in ganz kurzem, kompakten Format bringt. Nicht ganz exakt wie mein Format, also nicht mit Nachvertonung großartig, aber eben alles sehr, sehr, sehr runterkomprimiert. Der bringt, äh, vor allem Warhammer 30k hat er schon gebracht, äh, Herr der Ringe hat er jetzt auch schon ein paar Spielberichte gebracht. Und, äh, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und, äh, ihn gerne so ein bisschen unterstützen und so ein bisschen, äh, Mut machen, äh, dass er da weitermacht. Ich finde, er macht das sehr gut und, äh, ich finde es immer toll, wenn es weiteren Tabletop-Content auf YouTube gibt. Und vor allem auch diese kleinen, kompakten Format-Videos mag ich sehr, sehr gerne, ähm, weil einfach, äh, ja, ich bin niemand, der einen Zwei-Stunden-Spielbericht anschaut. Auch wenn ich jemand bin, der zwei Stunden Videos aufnimmt. Wie weit sind wir jetzt gerade? Genau auf einer Stunde. Sehr gut, Tobias. So, das war's jetzt von meiner Seite. Ich finde auch dazu natürlich sowohl zum All-It-Self-Kickstarter als auch zum, äh, schadelsamen YouTube-Kanal findet ihr, äh, die Links in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zum Woodpecker Games Shop, wo ihr Crystal Collabs vorbestellen könnt. Und, äh, das war's jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Es ist superschön, wieder da zu sein. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Meine Abonnenten, äh, Zuwächse sind natürlich jetzt über die letzten drei Monate rapide runtergegangen. Das müssen wir natürlich wieder, ähm, aufholen, damit ich endlich dann doch vielleicht mal mein 10.000 Abos, äh, Ziel erreiche, das völlig arbiträr gesetzt ist. Aber man muss sich ja irgendwie Ziele setzen. Da, das war's jetzt von meiner Seite. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.